Musik Testen Route wird gestartet. Ziel, in Goldstadt. In 15 km Ausfahrt 99 nehmen und auf A93 Richtung München fahren. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute ist es Samstag und wir fahren bei den Urlaub, als wir kommen nach Robose, nach Brasilien. Ohne Logo hat keine Hose, also wir müssen einfach unsere Besucher kommen. Musik Ich bin vegan. Also hast du ihn da? Ja. Öröme. Hey. Ich bin der Kumpel-Krumpel-Krumpel-Krumpel-Krumpel. Wir sind in Ingolstadt-Village angekommen, um Hose zu suchen. Wie man sieht, habe ich keine Hose. Hier sitzt genau eine einzige Hose. Was darfst du denn hier denn, Dinge? Was darfst du denn noch sein? Ich möchte noch einen ersten bisschen haben. Hast du, Heinz? Und ein Glas Leitungswasser, bitte. Wohl dir selber. What? Bro, what are you talking about, man? Bist du bereit? Nein, wir machen keine Outfit-Bewertungs-Indios. Ich habe es nicht verlernt. Alle anderen. Alle anderen. Die zwei müssen zu sagen. Alle anderen. Alle anderen. Alle anderen. Ich hab eine neue Freundin von meinem Beigewalt. Das ist süß. Wir sind mit dem Ausland. 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 Zweitens? Wir sind mit dem Ausland. Wir sind mit dem Ausland. Was bemerkenswert ist, wie lange sich die Leute vor einem Store anstellen, damit sie da reinkommen. Das ist echt krass. Wir wollten auch zu Nike. Das habt ihr nicht verdient. Tut mir leid für euch. Ja, ich weiß, diese Welt ist voll gemein zu euch. Sagt ja nicht, wenn es Wetter warm ist. Da kann man sich dann eine hinschicken und was essen und die andere wartet dann. Aber so... Es ist einfach schon so hart. Fert ihr wollen Geld ausgeben. Aber das ist ihr Job. Was hast du für meine Schwester beigebracht? Chokpala. Auf jeden Fall beste Taktik. Immer zum Einkaufen Jogginghose anziehen. Weil wenn du dich dann immer an- und ausziehst und Anprobe machst. Dann kannst du einfach die Jogginghose ausziehen. Jeans anziehen. Und es ist voll unumständlich. Unumständlich. Und ja, der stresst dich nicht. Also auf jeden Fall Taktik. Immer mit Jogginghose. Ich fühle mich wie auf dem Meer. Du? Ich fühle mich wie wenn ich in eine Vorstadt einfach gehe. Also wir sind wieder da. Wir haben unsere erste Shoppingrunde. Erfolgreich. Berndet. Und jetzt machen wir eine zweite Runde. Also wir sind hier angekommen. Nein, wir machen keine Outfit Bewertungs-Indios. Wenn wir deine Outfit bewerten. Und jetzt machen wir das. Oh. 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 Das war's für heute. Ich habe das Motto des Tages Never say never Zweite Shopping Tour erfolgreich beendet Wir melden uns später Bis zum nächsten Mal